Das gibt die süße Rache, weißt du? Gab doch so einen Vitter in die Hände? So, das wird jetzt also dein grauer Anzug nehmen. Dann malt er ja irgendwas drauf. Das passt. Hältst du jetzt die Luft an oder darfst du jetzt auch atmen? Nee, John, ich bin so schlank. Ach, du bist so schlank. Okay. Okay. Mr. Lucky, was ist das? Das ist das Schulterbrett. Schulterbrett. Das ist wie Kuhl bei Frauen. Okay. So, das ist für Kufflings? Ja, das ist für Kufflings. So? So, so, so do like this. If you do, like this, shorter. Mm-hmm. Becoming shorter, so. Mm-hmm. This is after watcher coming down. Okay. So, check it, so. Mm-hmm. Do you like this? Sure. Yes. Please. Perfect. Yes, sir. Mm-hmm. There's only one shirt. This is Jinkguen and you can wear. Okay. Yeah? And this is one pocket. If you want no pocket, I can take off. This is without... Nehme ich eine Tasche, oder? Ich würde sie dran lassen. Mit deiner Fische, oder? Naja. Long sleep with touching. Or no touching. No? No. Okay. So fallen hier Entscheidungen, ne? Ja. Also. No touching, ja? Mm-hmm. Okay. No problem. Also. No problem. Tschüss, gut. Ciao, ciao.